Ja hallo meine Freunde, die Pre-Web-Events sind im vollen Gange und natürlich lasse auch ich mir das Event mit den Goons nicht entgehen. Also streife ich ein bisschen auf Factory-Ring und versuche mein Glück, um ein paar Kills zu machen. XP-Technisch lohnt sich das ja allemal. Hab euch dazu ein paar Rates hier ins Video gepackt. Das war's jetzt auch schon mit dem Gebabble von mir. Ich bin's wie immer, euer Gunshot und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Dürfte man sich mit anschließen? Blut, erstmal nicht. Ich bin heute auch nicht ganz so auf der Höhe. Tobi kommt gleich noch dazu und dann muss ich erstmal klarkommen. Im späteren Verlauf vielleicht. Jetzt gleich am Start. Ich muss erstmal kurz den Arbeitsmodus ab... Abschalten. Und wie sieht's eigenartig aus, das Spiel schon wieder. Und wie sehen wir? Das war's für heute. 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 Boah, du scuffst hier, Alter. Okay, wir haben jetzt langsam ein kleines Problem mit der Ammo. So, jetzt hab ich ein volles rausgesucht. Okay, ich weiß, wo ich bin. Okay. 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 Jetzt haben wir eigentlich alle Spieler aus der Lobby, glaub ich. Sollten fast alle gewesen sein. Okay. 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 So, er hat auf jeden Fall auch nicht unbedingt viel mit. Das ist fast leer. Ah, scheiße. Jetzt war ein Spielersgast. Ah, scheiße. Nee, zu den Goons kam ich tatsächlich nicht. Ich hab, äh, mehr oder weniger die ganzen Spieler geholt, aber... Jetzt glaube ich nicht mehr, dass ich noch genug Munition hab für die Goons. Ich guck mal. Ich such die gleich mal. Vielleicht sind sie auch schon tot. Die sogenannte will das ganz spazen. Aber der ist sehr, sehr nos. Ich stencil auf jeden Fall auch noch mal an, ich nicht mehr als die Spieler. auch erst, vielleicht sogar mal so. 지금 nicht, die見或者, vielチ Specifically rausstein military Men das стали. fighting. Wir secreten Chebe. Nachdem. Das ist gut, Prof! jetzt bin ich so gut wie leer 856 ach du scheiße da Es gibt nichts mehr. Nein! Ach, come on. Egal. 8, 5, 6. Wie kommt man denn mit 8, 5, 6 in den Raid? Und der Typ war Level 40 oder 39. Scheiße. Mann, bist du blöd. Du sollst auch immer dein Verstand benutzen. Was denn? Den zu rushen wäre genau richtig gewesen. Der hätte normal 10 Mal umfallen müssen, aber mit 8, 5, 6, ich habe halt auch nicht sofort den Kopf getroffen. Bisschen zu tief angehalten. Ich habe es nicht gesehen, Mann, nochmal. Viel zu Rang im Blade geblieben, ist totaler Quatsch. Ich wollte ja irgendwie auch nochmal kurz an die Viecher ran, die ich da getötet habe. Wenn ich schon die Lobby da wipe, dann möchte ich mindestens mal, ich habe ja nur in einen reingeguckt, die anderen wollte ich mal ganz kurz, mindestens einmal anlooten. Ja, und das war ein Lobbywipe. Aber bringt nichts. Am Ende trotzdem gestorben. Spaß gemacht hat es trotzdem. Ah, Mensch. Warum nicht? Ah, tolle Spawn. Aus dem Weg. Sorry. Ich habe niemanden. Links. Ist der wird draußen, glaube ich, ein Scaff? Nein. Das sind die Guns. Ja, hat er auf dich geschossen? Ja. Er kommt auch rein gleich, glaube ich. Ja, ja. Der ist hier vorne links irgendwo. Hat er Tür aufgemacht? Hat er Tür aufgemacht? Ja. Nice. Ja, da ist noch eine runter gerannt. Hast du ein Scaff da hinten? Hast du sie alle? Ja. Ja, du hast sie alle. Okay, lass mich mal ganz kurz. Er ist noch ein Spieler, Vorsicht. Ja, der Spieler ist hier. Ja, bin tot. Er ist direkt vorne beim letzten Gun. Ach, genau, er ist schneller. Er hat die Waffe nicht rausgezogen, schnell genug. Mann. 99999. Metall. Langer Gang kommt nix. Tobi. Langer Gang kommt. Geht! Geht! Es gab vor mir ziemlich am Arsch. Wir sind zu weit weg. Er ist doch gerade ran gesprintet. Der ist direkt vor mir. Das ist nur der Scuff. Den will ich ja nicht haben. Hä? Was? Du hast nichtipl Qatar keine Arsch. generations hätten rather viele Einsteigungen lassen. Ja���gen. Nicht so, ist das, dass die Ausbau der höhe Anbolzen möglich ist! Söge sind jetzt! Di Montag geben. Jungen. 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 Töchern Ich habe die Karte mit einem Schrauben und ich habe die Karte mit einem Schrauben gekauft. Das war's für heute. Das war's für heute. ... ... ... ... ... ... Loll! Wollte eigentlich noch ein bisschen Spaß haben hier. Wollte eigentlich noch ein bisschen Spaß haben hier. Der Typ... Hä? Ich seh den nicht! Ich kann den nicht sehen! Der kommt aber auch nicht näher. Also, ganz ehrlich... Was, Nate? Hab keine! Ich hab grad schon versucht! So, da ist nur noch 37 voll. Hier noch 55. Das heißt... Nee, wir nehmen mal lieber die... Die ist größer. Das heißt... Da! Ach so! Ja, reicht aber eigentlich... MCX... Wollen wir nicht greedy werden, ne? Reicht! Den Rest können sie sich holen, ja. Hab keinen Spieler gesehen, aber dafür nochmal die Goons weggehauen. Hatte ich jetzt so? Nicht erwartet! 16.000 für... Die geben gut XP, ey! Was willst du machen, ne? Also, Factory... Wenn du jetzt die ganze Zeit Bock hast, Factory rumzurennen, dann machst du ja ein Level nach dem nächsten. Das ist ja schon nice! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!